Servus Leute, heute habe ich ein paar Szenen für euch und nicht irgendwelche Szenen, sondern meine Shooter Born in Heaven Shots und Tarkov Shooter 7 und 8 war auch dabei. Und ja, ich habe euch das mal nach Map geordnet, wo ich die Quest erledigt habe und ein paar lustige Fails habe ich mit drin gelassen, weil naja, die haben sicherlich auch ein bisschen Unterhaltungswert. Und ja, leider fehlen mir zwei Shots auf Wutz, aber das ist nicht so wild, dafür gibt es da ja Tarkov Shooter 8. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash outside, da würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Yes! Gott sei Dank. Nummer 1. Ich hoffe, das waren 125. Dankeschön, der letzte war... No way! Was? Der erste war kein Headshot, der zweite war aber einer und die gehen beide looten. Könnt ihr euch das vorstellen? Jawoll! Klatsch! Einer. Jetzt ist er tot. Ja, du hast recht. What? What? Ihr wollt mich singen sehen? Ja, ja. Danke für diesen geschenkten Shot. Wundervoll. Ich weiß nicht, was los mit dem ist. Hype Train ist durch, aber danke, dass er ein Primer mir lässt. Oh, oh, oh. Let's go! Let's go, let's go, let's go! No! Yes! Wo ist da einer noch? Da ist er. No! Er hockt sich da hin. No! Shooterborn! Getroffen? Nein, das war kein Headshot. Shooterborn in heaven, fertig. Yes! Was ein Winkel! Kacke! Jawoll! No! Yes! Yes! Hab ihn. Schöner Schuss. No, what? Danke, zwei. Einer noch. Paid Actor Deluxe. Dankeschön. 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 Beste Pose hier. Ja. No. Jetzt hör doch auf, man. To get away, to see you again, see you again. Been fighting ways, to get away, to see you again. See you again, see you again.